Es ist gerade erst mal Anfang März und so wie es scheint, hat Nintendo schon das Jahr 2022 gewonnen. Wir hatten es gestern auf Twitch kurz angesprochen, was für Spiele eigentlich kommen. Und ich hatte mir ja heute überhaupt mal angeschaut und mal zusammengeschrieben, welche Spiele wir schon wissen, die nur exklusiv für die Nintendo Switch kommen. Und das sind schon 18 Stück, wo wir garantiert wissen, dass die 2022 erscheint. Ich hatte ja im Dezember 2021 ein Video gemacht über 20 Spiele, die in 2022 kommen. Ich verlinke euch das mal hier oben. Und das waren 20 Spiele, wobei die Hälfte davon Third Party waren. Und jetzt haben wir einfach mal 18 exklusive Spiele für die Nintendo Switch. Und ich dachte, wir packen die ganze mal zusammen. Wir gehen die Monate einfach mal durch, schauen, was Geiles kommt, was ich favorisiere. Und dann würde mich einfach mal freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was so euer absoluter Favorit dieses Jahr ist. Natürlich können wir noch mal ein bisschen spekulieren, was vielleicht noch kommen wird. Aber das Ganze ist hier schon vollgepackt. Jetzt würde ich sagen, fangen wir an. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst doch gern kostenlos. Aber da aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch in Zukunft kein Video mehr. Auch wenn jetzt März ist, müssen wir natürlich im Januar anfangen. Und da hatten wir am 28. Januar den ersten Nintendo Release mit Pokémon Legenden Arceus. Was grafisch grottisch ist und vom Gameplay ab einfach eine 9 von 10 ist. Meiner Meinung nach, es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich zock's immer noch, meine Kinder zocken es. Und es war wirklich oder ist immer noch ein grandioses Spiel. Ich mag das ganze System. Ich fange dieses Fangsystem und die ganze Art und Weise von Pokédex finde ich diesmal auch viel, viel spannender in den alten Teilen. Grafisch natürlich brauchen wir nicht zu drüber diskutieren. Haben wir auch schon oft genug gemacht auf Twitch und sonstiges. Ach im Übrigen, Twitch heute Abend, wieder mal Mittwoch, 20 Uhr. Heute machen wir eine No-Hit-Challenge und wenn nicht, ja, ihr kommt vorbei. Es gibt Zitronen, es gibt No-Hit-Challenge, wird bestimmt lustig. Los geht's, 20 Uhr, Link ist unten in der Videobeschreibung. Schön abgelenkt von Legenden Arceus, würde ich mal sagen. Allerdings, nein, ja, gutes Spiel, hat mir super gut gefallen. Verkaufszahlen waren auch einfach insane, wieder mal. Aber wir, das haben wir ja schon, das wissen wir schon. Gehen wir einfach mal zu den nächsten Monat. Februar war jetzt nicht wirklich viel, aber der März, der März ist schon mal vollgepackt. Und dann kriegen wir am 10.3. Chocobo GP, der Mario Kart 8 Deluxe Klon. Ich habe nicht gesagt, ich stelle nur gute Spiele vor, sondern ich stelle alle exklusiven Spiele vor, die wir derzeit wissen, die rauskommen. Und das gehört mal dazu, ist definitiv ein Titel, den ich jetzt nicht entgegensehne. Und so, da es ein Exklusivtitel erst einmal ist, werde ich mir natürlich in die Sammlung stellen. Und vielleicht schauen wir uns das dann auch einfach mal auf Twitch an. Allerdings, ja, keine Ahnung, mir macht das, also ich brauche das nicht. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr darauf wartet. Am 4.3. allerdings kommt dann mit Triangle Strategy wieder mal ein Spiel von Square Enix, was wahrscheinlich wieder mal etliche 100 Stunden gehen wird oder sonstiges. Und er hat natürlich diesen schönen HD-2D-Look, das sieht mega cool aus. Ist ja im Prinzip der Nachfolger von Octopus Traveler. Und den werden wir sicherlich auch anspielen und mal schauen. Bei diesen Spielen habe ich das Problem, dass sie halt immer wirklich viele, viele Stunden gehen, wie Octopus Traveler auch, 60, 70 Stunden. Und da wird es wohl ähnlich sein. Sieht aber optisch wirklich schön aus. Und ich hoffe, dass ich einfach über die Strecke mal die Zeit finde, das Game zu zocken. Am 18.03. dann, ja, kein neues Spiel. Aber der DLC fängt an vom Mario Kart 8 Deluxe Streckenpass. Die erste Welle. Wir bekommen insgesamt 48 Strecken bis Ende 2023. War, glaube ich, ein sehr, sehr großes Highlight auf der letzten Direct. Da hat keiner so wirklich mit gewartet. Also nicht als DLC. Da haben wir immer drüber gesprochen, warum Nintendo das nicht macht. Mit dem meistverkauftesten Spiel Mario Kart 8 Deluxe über 40 Millionen Verkäufe für die Nintendo Switch, was einfach irre ist. Und dann kommt am 18.03. der neue Streckenpass raus, wo ich mich wirklich drauf freue. Und dann können wir natürlich auch mal freitags, wenn wir unser Mario Kart 8 Turnier auf Twitch machen, diese neuen Strecken mal fahren. Coole daran ist ja auch, selbst wenn ihr den Streckenpass nicht habt, könnt ihr in den Genuss kommen, die Strecken zu fahren. Wenn nämlich welche, eure Freunde, die aussuchen in Online-Games und die Strecke drankommt, könnt ihr die dennoch fahren, obwohl ihr den DLC gar nicht besitzt. Rune Factory 5 kommt dann jetzt auch in den Westen. Das ganze Spiel ist in Japan ja schon letztes Jahr im Mai erschienen. Er scheint jetzt hier zu einem ungünstigen Datum, nämlich am 25.03. Und da haben wir natürlich gleich den nächsten Kracher von Nintendo. Ist ein Spiel, was ich mir auf jeden Fall mal anschauen werde, weil ich mag dieses Farming-Gedöne mit Final Fantasy-Elementen und so. Ist, glaube ich, gar nicht so uncool. Werde ich definitiv mal reinschauen. Aber wie gesagt, dieses Jahr haben wir so viele Spiele, dass das wahrscheinlich ein bisschen erwarten muss. Und dann haben wir am 25.03. meinen Freund Kirby. Kirby und das vergessene Land. Und ja, wie gesagt, ich könnte, es könnte wirklich passieren, dass es mit eines meiner, der Spiel, der Dingensmummens hier, Spiel der Jahre wird. Das Spiel des Jahres 2022, Herrgott-Zeiten. Was ich ja auch am Ende des Jahres machen kann. Es sieht optisch wirklich schön aus. Ich habe gesagt, es gibt zwei Dinge, die dieses Spiel kaputt machen können. Und das ist einmal, dass es zu kurz ist oder aber, dass es zu leicht ist. Aber wohl, hat jemand gestern gesagt, dass Nintendo schon gesagt hat, dass es auch irgendwo steht, dass es zwei Modis gibt. Einmal einen leichten Modus, also für mich, ja. Und einmal einen normalen. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt auf das Game. Und ja, kann den Kommentar warten. Dauert ja auch nicht mehr lang. 25.03. ist ja quasi schon in ein paar Tagen. Dann kommt der April. Und dann kommt Advanced Wars 1 plus 2 Reboot Camp. Wobei ich da aktuell, wegen der aktuellen Lage natürlich auch die Möglichkeit sehe, dass das tatsächlich nicht released wird. Aber jetzt erstmal offizieller Termin ist am 8.04. Auch ein Spiel, wo ich mich darauf freue. Das könnte wirklich ganz cool werden. Ich habe damals mal auf dem PC diese Battle Island Spiele auch gespielt. Was ja auch so ein bisschen so ähnlich ist. Und wie gesagt, kommt am 8.04. dann raus. Und am 29.04. auch auf der letzten Direct vorgestellt hat, auch keiner wirklich auf dem Schirm gehabt, kommt Nintendo Switch Sports. Und ich bin da ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Das Spiel wird 39,99 kosten. Also kein Vollpreistitel. Wir haben allerdings auch erstmal nur 6 Sportspiele. Wobei dieses Fußball für mich nicht wirklich dazu zählt. Das ist ja nur mit diesen Joy-Cons. Und das hat nicht wirklich diese Switch-Sports-Gefühle, wie wir das damals mit Wii Sports zum Beispiel haben. Und es kommt dann auf jeden Fall noch ein kostenloses Update später mit Golf. Golf ist jetzt auch nicht so meins. Aber hey, ist in Ordnung. Es sind dann allerdings auch dann, wenn Golf kommt, nur 7 Spiele und Fußball lasse ich nicht zählen. Also es fehlen mir dann noch so ein paar Spiele. Nichtsdestotrotz freue ich mich da drauf. Ich freue mich auch online, das mal spielen zu können. Aber wie gesagt, so ein paar mehr Spiele später wären noch ganz cool. Der Juni wird dann definitiv mein Monat. Das ist das Spiel, wo ich mich mit am meisten drauf freue. Ohne Witz, das hat ja auch keiner kommen sehen. Tatsächlich auf der letzten Direct vorgestellt. Und zwar ist die Rede von Mario Strikers Battle League. Also wirklich, ich habe mit allem gerechnet, aber Mario Strikers dieses Jahr noch bekommen, tatsächlich nicht. Dass wir es irgendwann mal auf die Switch bekommen, okay, das konnte man vielleicht absehen. Aber dieses Jahr ist definitiv eine fette Überraschung. Und auf jeden Fall mein Spiel des Jahres jetzt schon. Also auf die Vorfreude auf jeden Fall, wenn es dann rauskommt. Ich freue mich schon, online mit euch das Ganze zocken zu können. Wir werden natürlich auch ein IG-Team bauen. Und online die Gegner auseinandernehmen, freue ich mich schon mega drauf. Wie 8.10.6. geht es damit dann los. Und am 24.6. für Fans von, naja, vielleicht von Fire Emblem-Fans oder eben für die Fans von 1000 gegen 1 Kämpfe kommt dann Fire Emblem Warriors Three Hopes. Auch tatsächlich haben wir gedacht, wir kriegen ein Fire Emblem, aber irgendwie so ein Secret zu Three Houses. Jetzt kriegen wir ein 1000 gegen 1 Game, so ein Warriors Game klassisch. Sah ganz cool aus. Und tatsächlich muss man vielleicht auch gar nicht Fan von Fire Emblem sein, um dieses Genre und dieses Spiel dann eben zu spielen. Sicherlich auch was wir mal auschecken werden. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Im Juli haben wir auch schon etwas. Und das wurde auch auf der letzten Direct vorgestellt. Und zwar ist die Rede von Live Alive. Und das kommt auch von Square Enix. Und hat auch wieder diesen fantastischen HD, 2D-Look oder sonstiges. Das Setting auch wieder cool. Sicherlich wieder auch ein RPG, was wieder etliche Stunden gehen wird. Ich habe es natürlich jetzt mal hier mit reingenommen, weil es jetzt erst einmal exklusiv für die Switch kommt. Es kann natürlich sein, dass es nächstes Jahr dann auch für den PC kommt. So wie wir es haben mit Octopus Traveller oder auch Brevity Default 2. Aber sah super schön aus, super hübsch. Und auch etwas, was wir mal auschecken werden. Dann haben wir noch so den Sommer generell. Dann haben wir nämlich auch ein Spiel, was im Sommer kommen soll. Und zwar ist es Splatoon 3. Und bei Splatoon 3 habe ich tatsächlich ein wenig gemischte Gefühle. Wann das rauskommt? Ich denke mal, irgendwas zwischen Mai und Juli ist realistisch. Im Mai haben wir derzeit noch gar keinen Release. Deswegen könnte das gut da reinpassen. Juli ist aber auch möglich. Splatoon 1 ist damals am 28. Mai erschienen. Und Splatoon 2 am 21. Juli. Also ich denke mal, irgendwie zwischen Mai und Juli werden wir den Release haben. Meine große Befürchtung bei Splatoon 3 ist tatsächlich, dass es nicht wirklich ein Upgrade zu Splatoon 2 ist. So, was ich bisher gesehen habe, wir haben nicht so super viel gesehen, muss man noch tatsächlich sagen, auf der letzten Direct auch nicht. Dass es halt irgendwie gefühlt ein Splatoon 2 ist oder sowas, ja, und keine wirklichen Neuheiten hat und so. Grafisch hat mich das jetzt auch nicht wirklich neu abgeholt. Und das ist so ein bisschen den Zweifel, den ich dann habe. Und ich hoffe, es gibt gute Multiplayer, Online-Multiplayer, dass sie den da ein bisschen gefixt haben und vor allen Dingen da ein bisschen aufgeräumt haben. Aber dennoch warten wir mal ab, weil so viel dazu wissen wir noch gar nicht. August ist jetzt auch noch nichts bekannt, aber dann kommt der September und im September bekommen wir auch wahrscheinlich wieder mit eines der besten JRPGs für die Nintendo Switch und zwar ist die Rede von Xenoblade Chronicles 3. Wurde ja auch auf der letzten Direct vorgestellt, wie so etliche Spiele, die ich hier nenne. Und es gab ja schon längere Zeit Gerüchte, auch letztes Jahr irgendwie Gerüchte. Es sollte ja wahrscheinlich schon eher letztes Jahr erscheinen, hatte dann aber ein paar Release-Probleme beziehungsweise einfach ein paar Optimierungsprobleme, laut ein paar Insidern. Und somit haben die das dann halt einfach auf dieses Jahr geschoben. Kommt dann im September. Sah schon wirklich fantastisch aus. Ich hoffe diesmal, dass mir die Charaktere besser liegen als bei Xenoblade Chronicles 2 und mich keiner so wirklich super nervt. Das wäre schon ganz cool. Auf jeden Fall auch ein Titel, wo ich mich mega drauf freue. Und dann haben wir den Winter, also irgendwas so Oktober, November. Dezember haben wir ja meistens nicht wirklich einen Release. Das ist zu nah an Weihnachten so. Die viele Weihnachtseinkäufe machen wir eigentlich so spätestens mit November. Im Dezember sind die Releases von Nintendo meistens nicht da. Deswegen denke ich mal, dass wir die nächsten Spiele irgendwo zwischen Oktober und November bekommen. Und da haben wir natürlich letztens erst vorgestellt bekommen, Pokémon, Karmesin und Purpur. Was ja auch ein Open-World-Pokémon sein könnte, in einer Art und Weise. Wieder mal von Game Freak. Grafik sieht auf jeden Fall besser aus, als bei Arceus ist. Irgendwie so eine Mischung aus Arceus und Schwert und Schild. Geht sicherlich auch noch ein bisschen was besser. Dennoch, wie gesagt, war ja auch erst der erste Trailer, den wir gesehen haben. Und auf jeden Fall ein Pokémon-Spiel dieses Jahr wieder mit Arceus im Januar. Und dann wahrscheinlich, ich würde das mal tippen, im November dann eben mit Karmesin und Purpur. Wieder ein Pokémon-Spiel. Ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe mal, dass wir jetzt bald mal irgendwas zum Gameplay sehen werden. Ich denke mal, da kriegen wir noch irgendwas in der Mitte des Jahres präsentiert. Aber wie gesagt, eher so ein Titel wahrscheinlich dann für November. Dann habe ich natürlich den Oktober übersprungen. Und das war natürlich totale Absicht. Aber im Oktober bekommen wir wahrscheinlich Bayonetta 3. Wie gesagt, ist ja auch noch kein genaues Release-Datum da. Und Bayonetta 3, muss ich sagen, ist auch ein Spiel, wo ich mich mega drauf freue. Und ich merke gerade, wie ich immer auch sage, ich freue mich mega drauf. Dieses Jahr ist aber auch wirklich zu krass. Es kommen wirklich so viele gute Spiele. Und es schmerzt wahrscheinlich schon alle in unserem Geldbeutel. Und wir müssen schon mal ein paar Ternerchen beiseite legen. Bayonetta 3, was wir gesehen haben, sagt cool aus. Ich mag diesen Fast-Pace-Action-Gameplay tatsächlich davon. Und endlich mal was von Bayonetta 3 dann zu sehen. Beziehungsweise Sie das jetzt auch wissen, dass es dann rauskommt. Wurde ja so lang verschoben und nichts mehr gehört. So ist so, das Bayonetta 3 ist so ein bisschen wie Metroid Prime 4. Und tatsächlich ein Titel, wo ich mich auch drauf freue. Dann haben wir noch Mario & Rabbids Sparks of Hope. Tatsächlich ein Titel, der mir nicht egal ist. Aber ja, ich mochte den ersten Teil jetzt schon nicht so, weil mir das Genre nicht so liegt. Ich gucke mal da, weil bei Sparks of Hope sah das ein bisschen so aus, als ob das ein bisschen mehr Action-lastiger ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Und weil man ja auch in den Kämpfen seine Figuren noch dann bewegen konnte. Und sowas schaue ich mir mal an. Es gibt ja so ein paar Gerüchte, dass es vielleicht verschoben werden könnte auf 2023. Derzeit ist da aber noch nichts bekannt. Von daher gehen wir einfach mal aus, dass es noch 2022 kommt. Und ja, ist jetzt nicht so mein Favorit. Definitiv werde ich dem Spiel aber mal eine Chance geben. Und dann haben wir noch Breath of the Wild 2, wo ich direkt sage, persönlich, meine persönliche Einschätzung, werden wir das dieses Jahr nicht sehen, ist irgendwie ein Titel, der wahrscheinlich verschoben wird. Irgendwelche Titel müssen verschoben werden, Leute. Und natürlich steht auf der Internetseite 2022, natürlich steht auch im Geschäftsbericht 2022. Und ich glaube sogar, dass Nintendo wirklich versucht, das dieses Jahr noch irgendwo auf die Beine zu stellen. Aber wenn man sich allein schon im Winter dieses Setup anguckt, mit Pokémon Karmazin und Purpur, mit Bayonetta 3, und dann eben noch mit Breath of the Wild 2 und im September dann auch noch Xenoblade Chronicles 3. Ich denke mal, man könnte es verkraften, wenn man Breath of the Wild 2 tatsächlich verschiebt. Aber es steht derzeit noch da, es steht 2022. Ich würde mich mega freuen, wenn es kommen wird. Auch ein Spiel, wenn das kommt, das wird mit eins der, auch das Spiel des Jahres werden wahrscheinlich, wenn sie es nicht total verkacken. Auch hier meine einzige Befürchtung ist, dass sie es zu nah an Breath of the Wild 1 machen, von Hyrule und sonstiges, dass einem viel zu viel Bekanntes vorkommt. Das könnte das Ganze so ein bisschen abschwächen. Aber wie gesagt, da wissen wir noch gar nichts von. Freue ich mich einfach mega. Schauen wir mal, ob es dann tatsächlich 2022 bei uns aufschlägt. Ja, und dann würde ich sagen, sind das erstmal so die Spiele, wo wir definitiv wissen, dass die kommen. Und ich meine, da ist ja noch nicht Ende. Wir kriegen noch eine E3 Direct, wenn die E3 stattfindet wird. Ansonsten kriegen wir eine Nintendo Direct noch im Sommer. Und dann nochmal zum Ende des Jahres sicherlich. Und ich denke, gerade auf der E3 werden wir da nochmal einige Spiele bekommen oder ein paar Spiele bekommen, die dieses Jahr noch reinpassen irgendwie in den Kalender. Aber wenn man sich so mal anschaut, schon wie das Ganze hier bestückt ist in den Monaten, dann ist da nicht mehr viel Platz, meiner Meinung nach. Und gerne könnt ihr das mit mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Aber ich bin mir auch sicher, dass wir irgendwas noch sehen werden. Zum Beispiel gibt es ja immer noch das Gerücht, dass Metroid Prime 1 ein Remake kommt tatsächlich, weil Metroid Prime 4 werden wir vermutlich erst nächstes Jahr sehen, meiner Meinung nach. Fire Emblem gibt es nach Emery Rogers, das ist ja auch eine, die immer sehr gut informiert ist, auch schon einen weiteren, also Sequel dann wahrscheinlich zu Three Houses, was fertig sein soll in der Entwicklung. Da könnten wir auch noch vielleicht was sehen. Ich glaube, da gibt es noch einiges, da möchte ich aber gar nicht zu sehr spekulieren. Was wir wohl sagen können, wir wären kein Mario Kart 9 sehen. Das ist schon mal sicher, denn das wird dann wahrscheinlich irgendwann erst 2024 kommen. Ja Leute, das waren etliche Spiele. Schreibt mir eure Favoriten einfach unten mal in die Kommentare, was ihr noch gern hättet. Schaltet ein 20 Uhr Zitronen Note Challenge Hit. Ich bin raus.